Die Kühlschrank, die halten sich ewig. Ja, Kühlschrank, du hielst ja nicht, oder? Wofür? Du kriegst aber den Eingelegten da, ne? In Öl. Ja, der ist da nicht mehr scharf. Der ist auch lecker, na ja. Das hab ich mir selber gemacht. Selbst in Öl eingelegt, ja, was ist passiert? Das ist ein scheiß Öl-Ranzig geworden. Oh ja, weiß ich auch nicht, wie die das machen. Da wird das vielleicht heiß gemacht, ne? Heiß und dann zugeschraubt. Ja, das muss konserviert werden, sehr wahrscheinlich. In dem Öl, da sind ja Bakterien drin. Und die machen das Öl kaputt, sehr wahrscheinlich. Vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich Das war ein Diesel, das war ein Diesel, was auf der Bühne hat.